Nackte Körper, wilde Partys, Streitereien, das Forsthaus Rampensau hat wieder ordentlich für Schlagzeilen gesorgt und eine war mittendrin, nämlich Bahati Venus. Und heute ist sie bei uns im Studio. Danke, dass du da bist. Grüß dich. Hallo Birgit, vielen Dank für die Einladung. Gehen wir gleich ins Eingemachte. Jetzt war großes Finale. Satansbratan, Erik hat gewonnen. Was sagst du denn dazu? Ja, ich finde, es war doch ein sehr spannendes Finale. Ich möchte da gleich auch mal einwerfen. Ich bin super froh, ein solider dritter Platz. Hätte man uns vielleicht gar nicht zugetraut, also mir und Marzio. Ja, und tatsächlich, ich habe ja gehofft, dass Petra und Miguel gewinnen werden. Ja, Mio und Satansbratan haben jetzt so den Preis quasi abgeräumt. Die Gewinner der Herzen sind sie, glaube ich, nicht. Bei euch gab es ja sowieso ein bisschen Spannungen. Das fing an mit der Hausarbeit und ich glaube, ihr wart euch nicht gar so sympathisch. Liege ich da richtig? Da liegst du ganz richtig. Satansbratan ist auf jeden Fall ein Mensch. Im wahren Leben würde ich wahrscheinlich keine Zeit mit ihm verbringen. Da war man auf engen Raum zusammen und ja, das hat auch ab und zu gekracht. Gerade Thema Hausarbeit. Er hat eigentlich sehr wenig gemacht oder das wenigste gemeinsam mit seinem Partner und vieles hat man ja auch nicht gesehen. Also natürlich bleibt es auch immer eine große Überraschung im Schnitt. Was wird dann ausgestrahlt? Und er war halt wirklich derjenige, der andere hat arbeiten lassen und das war einfach nicht fair. Was hat man denn noch nicht gesehen? Gibt es irgendwas, bei dem du dir denkst, ach, warum wurde das nicht ausgestrahlt? Also ging es noch wilder zu hinter den Kulissen? Wilder? Also speziell erinnere ich mich an die Situation mit den beiden Damen, Sanja und Vanessa. Da finde ich, komme ich ja auch als sehr verrückte, eifersüchtige Freundin rüber. So würde ich mich jetzt gar nicht selber betiteln, aber da wurde auch einiges weggeschnitten. Zum Beispiel gab es da eine brisante Szene, wo gleich beim Ankommen am selben Tag die Sanja sich auf den Schoß von Erik gesetzt hat und da habe ich mir schon gedacht, das ist eine Frau, wir haben wenig gemeinsam. Also ich würde mich nicht so benehmen, wenn ich wüsste, da ist jemand, da sind zwei Personen, die haben was am Laufen. Das war der Kette gegenüber, finde ich nicht sehr respektvoll. Du hast auch einmal irgendwas in die Richtung gesagt, dass man sich so nicht benimmt. Also das hat man dann gesehen und man hat sich tatsächlich gedacht, ja, du bist jetzt eifersüchtig, aber das heißt, das hatte deiner Meinung nach schon seine Gründe, auch im Nachhinein. Auf jeden Fall hatte das seine Gründe. Sie haben ja auch geplant, im Bikini vor Marzio zu tanzen. Also sehr, sehr provokant. Warum muss man sowas machen? Wer hat das gesagt? Ich glaube, der Daniel Köllerer war es, der gemeint hat, der Marzio ist so ein bisschen unter deiner Fuchtel quasi. Also du hast quasi das Sagen. War das eher deshalb, weil es diese Sprachbarriere gab? Oder hast du tatsächlich das Sagen in der Beziehung? Also ich wurde auch gefragt, wer hat denn die Hosen an in eurer Beziehung? Und ich würde sagen, wir beide haben die Hosen an. Also das ist eine Beziehung auf Augenhöhe und der Daniel hat einfach maßlos übertrieben. Natürlich ist es anders. Wäre das Ganze auf Italienisch gewesen, dann hätte Marzio sicher noch viel mehr gesagt. Aber da, wo es wichtig ist, hat er ja auch was gesagt. Ja. Und mit dem Daniel gab es auch ein bisschen Stress. Also ich muss dazu sagen, ich schätze dich eigentlich als sehr harmoniebedürftig ein, aber da waren doch ein paar Leute dabei, mit denen du nicht so konntest. Wer war denn der oder die Schlimmste? Also ich bin froh, dass du das sagst, weil ich würde auch sagen, dass ich eigentlich ein sehr umgänglicher Mensch bin. Aber ich wurde wirklich sehr provoziert. Und dann ist auch mal die Brina, wie ich sie nenne, in mir rausgekommen. Und die hat dann einfach Tacheles geredet. Am schlimmsten für mich, also am schwierigsten war es ja tatsächlich mit Daniel und Erik. Und Mio hat sich, finde ich, immer sehr angeschlossen dem, was Erik gesagt hat, ja, das waren so die drei, mit denen ich nicht so gut konnte. Ja. Tamara ist wieder ein ganz eigenes Thema, muss ich auch sagen. Ja. Dazu kommen wir. Ja. Kommen wir gleich zur Tamara. Für die, die es nicht gesehen haben, sie hat einen Ausspruch verwendet, den man einfach nicht mehr sagt. Das ist indiskutabel. Du hast dann gesagt, sowas sagt man nicht mehr. Hast eigentlich recht cool reagiert, aber sie einfach darauf hingewiesen. Hat sie nicht ganz so verstanden, habe ich den Eindruck. Gab es da eine Entschuldigung von ihr? Hast du das Gefühl, sie war einsichtig? Oder hat sie zu dir, ist sie nachher noch auf dich zugekommen? Wie ist das weitergegangen? Ich habe das Gefühl, dass sie gar nicht einsichtig war. Ich habe auch, finde ich, ziemlich sachlich ihr erklärt, warum und dass man das halt nicht sagen sollte. Es gab keine Entschuldigung. Wir haben auch seitdem gar nicht mehr gesprochen. Auch der Abschied, wie sie dann gegangen ist gemeinsam mit Alex, war eher kalt. Also keine Umarmung oder so. Ja, I tried. Ich habe es probiert und es war für mich auch sehr wichtig, da ein Statement zu setzen und auch zu sagen, wie ich mich fühle. Und wenn sie es noch immer nicht verstanden hat, dann fürchte ich, kann ich ihr auch nicht helfen. Aber ich hoffe, dass das doch sie zum Denken anregt und zumindest, dass sie das gerade am besten gar nicht mehr verwendet, das Wort, aber gerade auch in Gesellschaft von Menschen, die es persönlich trifft. Ja. Ja. Und dann kommen wir noch zu Cathy. Sie hat dich damals blockiert, hast du erzählt. Wirklich? Was war da? Was ist da passiert? Ja, also die Geschichte ist eigentlich jetzt so rückblickend recht lustig. Sie hat mich tatsächlich blockiert. Ich glaube, sie hat einige Damen, mit denen der Richard, während sie schon mit ihm zusammen war, noch Kontakt hatte, tatsächlich blockiert. Also überhaupt auf seinem Handy, so war das, oder? Auf seinem Handy, genau. Auf seinem Handy. Und ich habe dann auch in dem Gespräch mit der Cathy so durchblicken lassen, also das ist schon sehr invasiv, also etwas zu sagen oder das Handy von jemandem zu nehmen und andere Leute zu blockieren, ohne dass es die Person gewusst hat. Weil sie hat ja behauptet, er hat das gewusst. Ich glaube nicht, dass er das gewusst hat, weil wir danach, also Richard und ich gesprochen haben und er hat dann gesagt, er wusste das eben nicht. Und ja, also... Und warum? Weil sie so eifersüchtig war, oder wie? Ja, ich glaube, sie war sehr eifersüchtig und der Richard ist halt doch auch ein lebemensch, sage ich jetzt mal, der gerne auch Kontakte mit Damen pflegt und wahrscheinlich, wie sie dann mit ihm verheiratet war, war ihr das zu viel. Du hast nämlich auch gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hältst sie für berechnend oder so ähnlich. Also du passt schon auf bei ihr. Ist das immer noch der Fall? Oder ist das jetzt ganz weg und ihr seid Best Buddies? Ja, also ganz weg ehrlich gesagt nicht. Dazu haben wir einfach noch zu wenig Zeit miteinander verbracht. Wir haben uns dann nachher nicht nochmal persönlich getroffen. Aber liebe Kathy, auch wenn du das siehst, ich würde gerne auf ein Cappuccino oder so mit dir gehen, weil ich glaube, ja, man hat halt doch so eine gewisse... Ich kann vieles auch nachvollziehen, auch wie sie erzählt hat, wie das war an seiner Seite und so. Und ich glaube, mit den Damen von Richard geht man immer sehr hart ins Gericht. Und deswegen hatte ich da auch das Gefühl, ja, mit ihr einfach mal zu reden. Und ich wäre auch offen, sie nochmal zu treffen. Gern sogar. Ja, das ist interessant. Und dann wird auch über Richard Lugner ein bisschen geplaudert vielleicht und ausgetauscht. Ja, wobei der Richard ist ja nicht das Allerwichtigste auf dieser Welt. Also wir haben sicher auch noch andere Themen, über die wir sprechen. Ja. Kommen wir noch einmal zum Marzio, weil das ist ja der aktuelle Freund seit vier Jahren, glaube ich, ungefähr. Seit viereinhalb Jahren. Ja. Ja, natürlich. Jetzt beim Auszug war so ein bisschen die Frage, so verliebt, verlobt, verheiratet. Ist da schon was in Planung? Tatsächlich habe ich ihm ja ein Ultimatum gestellt. Und ich hatte ja im November jetzt Geburtstag. Und ich habe ihm gesagt, ich würde mir jetzt schon wünschen, bis zu meinem Geburtstag, dass da was passiert. Und ja, also eigentlich haben wir ausgemacht, uns nicht jetzt großartig drüber zu äußern. Aber ich kann euch ja mein Geburtstagsgeschenk zeigen. Ui, ein Verlobungsring. Wunderschön. Das hast du toll kombiniert. Ja. Aber hallo. Ja. Ja, gratuliere herzlich. Ja, sehr schön. Das heißt, ja, das ist jetzt eine große Überraschung tatsächlich. Ich freue mich für euch. Wann ist es soweit? Hab schon, seid ihr schon in den Vorbereitungen? Wie geht's weiter? Wir haben schon ein Datum eingepeilt. Aber wie gesagt, dazu möchte ich mich jetzt gar nicht zu viel äußern. Aber wir sind sehr glücklich. Ja, sehr cool. Freue mich für dich. Dankeschön. Und wie geht's bei ihm beruflich weiter? Hat er jetzt ein bisschen Blut geleckt mit dir, mit dem Reality TV? Oder sagt er, nein, das will ich jetzt nicht mehr machen? Also, es ist eine große Überraschung. Er wäre auch bereit für ein nächstes Projekt. Oh. Ja. Also, es war Gott sei Dank nicht so abschreckend, dass er gesagt hat, du, ganz ehrlich, never ever. Er ist offen auch für neue Projekte. Und ich freue mich, dass er da, ja, das auch, ja, Blut geleckt hat und es ihm gefallen hat. Ja, was wären denn so die nächsten Formate? Oder muss ja nicht zu zweit sein für dich? Reality TV ist ja immer, also das Dschungelcamp hat man auf jeden Fall so am Schirm. Wäre das was für dich? Würdest du auch ins Dschungelcamp gehen? Also, natürlich so unter den Trash-Formaten ist das die Königsklasse, einfach auch wegen der Reichweite. Jeder kennt das Dschungelcamp. Ich glaube, für mich persönlich wäre das eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich könnte mir auch vorstellen, noch ein weiteres Format gemeinsam mit Marzio zu machen. Und das, was mir halt auch am Herzen liegt, ist einfach die Musik. Und irgendwas, wo halt auch die Musik Platz findet, das wäre so mein ganz großer Traum. Ja, das ist nämlich auch ein spannendes Thema, weil du hast ja schon öfter gerappt. Du hast deine Musik nicht erst seit gestern. Aber im Forsthaus hat man dich auch rappen gesehen und gehört. Willst du darauf wieder mehr den Fokus legen? Auf jeden Fall möchte ich den Fokus auch jetzt nochmal mehr auf die Musik legen, weil die Musik mich einfach so erfüllt. Ich fand es auch so schön. Wir wussten ja nicht, dass jetzt Solo, also mein Song, gespielt wird. Und dieser Song hat auch so viel Message. Und ich weiß, ich habe den geschrieben zu einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Und es ist auch so schön. Manchmal gibt es dann einfach Lieder von mir, die sagen alles, was ich sagen möchte, so kompakt. Und das hat so gut gepasst. Und ich habe auch einen neuen Song in Berlin aufgenommen. Der wird auch dieses Jahr noch released. Und große Überraschung, ein Liebeslied. Und ich kann euch schon den Titel verraten. Oder vielleicht kommst du sogar drauf. Wie könnte der heißen? Ein Liebeslied für Marzio. Hat was mit unseren Kosenamen zu tun, wie wir uns gegenseitig... My Love. Natürlich. Natürlich. Na bitte. Natürlich. Ja. Ja, das hat man natürlich gesehen. Ihr nennt euch gegenseitig immer My Love. Schön, schön. Aber der Marzio singt nicht mit, oder? Nein, nein, nein. Der singt nicht mit. Nein, der ist musikalisch nicht so begabt, muss ich dir jetzt auch ehrlich sagen. Aber der wird auf jeden Fall auch im Musikvideo zu sehen sein. Liebe Bahati, ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns bestimmt wieder und vielleicht erzählst du uns dann ein bisschen was, wie die Hochzeitsvorbereitungen so laufen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, liebe Birgit. Danke, dass du da warst.